Und hier wieder ein Wabenstoff, auch aus der Serie der durchsichtigen Stoffe, in einem sehr dezenten Sandfarben, würde ich sagen, Sandfarben im Ton, natürlicher Charakter, Leinenstruktur, also wirkt sehr elegant und natürlich, der Stoff. So sieht er in der Sonne aus, wie gesagt, man kann durchschauen vorsichtig, kann dann sein, dass es abends dann eben bei Licht an, dass man gesehen wird, aber er lässt schön viel Licht durch und ist von der Rückseite in einem klassischen Weiß.